Janosch, Herr Wutzel und sein Karussell Einmal geschah eine wunderbare Geschichte. Ein seltsamer Wagen fuhr durch unser Dorf, aus Holz und Brettern zusammengenagelt, wie Zigeuner und Bärentreiber damit fahren. Von außen war er rot angemalt, hatte an der einen Seite ein Fenster mit Gardinen und einen schwarzen, runden Schornstein. Oben das Dach war an hundert Stellen mit Blech repariert und die hintere Wand mit grünem Kistenholz vernagelt. Vorne wurde dieser verwunschene Wagen von einem Pferd gezogen, und hinten stand auf einem kleinen Schild der Name »Inhaber, Herr Wutzel«. Der Wagen fuhr durch das Dorf und über den Kirchplatz, fuhr die Straße weiter und blieb auf der Zigeunerwiese stehen. Und dann kam ein geheimnisvoller Mann aus der Tür. »Herr Wutzel«. Man sah auf den ersten Blick, Herr Wutzel konnte zaubern, denn er trug einen wunderlichen blauen Hut auf dem Kopf, hatte im Gesicht einen Zwirbelbart, wie er nur an Zaubern wächst, und hatte, das war das geheimnisvollste, eine blaue Wunschbrille auf der Nase. Herr Wutzel spannte das Pferd aus, schickte es auf die Weide und holte in einem Eimer Wasser. Der Franz mit seinem Bruder Scholle waren die einzigen, die auf der Zigeunerwiese waren und alles sahen. Sie brachten vor lauter Wundern keinen Ton heraus. Und auf einmal geschah noch etwas Seltsames. Noch ein Wagen fuhr durch das Dorf. Er fuhr allein. Das heißt, nur mit dem Pferd. Auf dem Kutschbock saß kein Kutscher und kein anderer Mensch. Das Pferd trottete langsam und zotterlich den gleichen Weg, zog den seltsamen Wagen auf die Zigeunerwiese und blieb dort stehen. Er war mit einer Blache zugedeckt. Alle aus dem Dorf liefen hinterher, denn wahrscheinlich und mit Sicherheit war unter der Blache ein Geheimnis verborgen. Und so war es auch. Als es Abend wurde und alle schlafen gehen mußten, war auf der Zigeunerwiese noch nichts zu sehen. Am nächsten Tag stand da ein Karussell. Nicht groß, ein altes, wackeliges Ding und nur etliche Tiere waren darauf. Ein blaues Zauberpferd, ein Dschungeltiger, ein Traumvogel und ein Rennauto mit der Nummer 19. Aber es war verzaubert. Das konnte man sofort erkennen. Am Nachmittag gab es niemanden in unserem Dorf, der nicht auf der Zigeunerwiese war. Jeder drängte sich nach vorn. Herr Wutzel putzte seine Wunschbrille und rief, hereinspaziert, ihr lieben Leute, mein Zauberkarussell fährt heute in alle Länder auf der Welt. Das kostet beinahe gar kein Geld. Treten Sie näher, meine Herrschaften, steigen Sie ein und werfen Sie gratis einen kleinen Blick durch meine blaue Wunschbrille. Und schon sind Sie in einem anderen Land. Zehn Pfennig kostet eine Fahrt. Wollemuschel, der kleinste von allen, er war noch nicht einmal in der zweiten Klasse, wagte die erste Fahrt. Herr Wutzel nahm seine Brille ab und ließ Wolle einmal hindurchgucken. »Und bitte, Monsieur, wohin soll die Reise heute gehen?« »Indianerland«, sagte der Wolle, denn für ihn gab es nichts anderes, weil er später einmal Häuptling werden wollte. »Dann nehmen wir hier dieses Zauberpferd«, sagte Herr Wutzel, half dem Wolle in den Sattel, gab ihm die Zügel in die Hand, und als das Karussell besetzt war, ging die Reise los. Ehe Wollemuschel sich versah, galoppierte das blaue Zauberpferd über die Zigeunerwiese und war mit einmal mitten im Indianerland. Das war unheimlich. Hinter den Büschen lauerten die Speer, sprangen auf, wollten ihm in die Zügel greifen, aber wie der Blitz war er weg. Und da, vor ihm, vier berittene Krieger auf ihren schnellen Pferden. Wollemuschel gab seinem Gaul die Sporen, überholte die Krieger mit Leichtigkeit, sprang über einen Fluß und trabte dann zurück auf die Zigeunerwiese und auf dem Karussell im Kreis herum, bis die Fahrt zu Ende war. »Und weiter geht die Fahrt, meine Herrschaften, in die fernsten Länder dieser Welt. Es kostet beinahe gar kein Geld,« rief Herr Wutzel. Peter Kneisel ging tapfer und stark zurück zu den anderen und stellte sich neben den starken Heinz. Jetzt drängte sich Micky, ein kleines Mädchen, nach vorne. »Ein Blick, meine Herrschaften, bei jeder Fahrt frei und gratis durch meine Wunschbrille,« sagte Herr Wutzel und hielt jetzt der Micky die blaue Wunschbrille vor die Augen. »Wohin, Madamechen soll die Reise gehen?« »Ganz weit,« sagte sie. Und weil das weiteste, was es gibt, das Meer ist, setzte Herr Wutzel die Micky auf den Traumvogel und schickte sie über den Ozean. »Ehe sie sich's versah, flogen sie über die Dächer, und das ganze Land flogen geradeaus und schnell wie eine Schwalbe, bis unter ihnen alles blau war. Das war das große Meer. Die Wellen gingen hoch, und da, mit einmal sah Micky unter sich ein altes Räuberschiff. Es fuhr auf einen harten Felsen auf und zerschellte. Die Halunken schwammen um ihr Leben und kamen jämmerlich in den Fluten um. Micky hatte keine Angst, denn auf dem verwunschenen Karussell gab es keine echte Gefahr. Herr Wutzel war ja da. Die Fahrt wurde langsamer, der Traumvogel kam zurück, flog im Kreis, und die Fahrt war zu Ende. »Und jetzt, meine Herrschaften, wagen Sie eine Fahrt auf meinem gefährlichen Dschungeltiger. Einen Blick durch meine Wunschbrille, und Sie sind im Dschungel. Zehn war Rappen, die Zauberfahrt!« Der Dschungeltiger war gefährlich. Keiner traute sich. Das wilde Tier lauerte dort, wo das Karussell am finstersten war. Mit einem Tiger ist nicht zu spaßen. Da schob sich der starke Heinz nach vorne. Ihm zitterten die Beine, ehrlich gesagt. Schnell noch ein Blick durch Herrn Wutzels Wunschbrille, dann ging es los. Das war unheimlich. Der Tiger schlich sich davon, mitten hinein in den Urwald. Seltsame Märchentiere waren überall, Kletteraffen zankten sich auf den Bäumen, und mittendrin der starke Heinz. Die Fahrt schien ihm unendlich lang, und als er wieder auf der Zigeunerwiese war, sah er sehr blass aus. Als er festen Boden unter den Füßen hatte, hatte er sich geprotzt mit seinem Mut. »Kommen Sie näher, meine Herrschaften, das Rennauto wäre noch frei. Die Herren, wenn ich bitten darf, haben hier den Vortritt.« Jetzt rannten sie alle, denn Autofahren ist interessant. Der Hänsel Mücke, schnellster Läufer in der ganzen Schule, war als erster da, stieg ein. Herr Wutzel gestattete ihm noch einen Blick durch die blaue Wunschbrille, und schon hatte Hänsel Mücke den Fuß auf dem Gas. Er hörte den Motor aufheulen, spürte den scharfen Fahrtwind und beugte sich über die Armaturen. Jetzt konnte die Luft ohne Widerstand über ihn dahinflitzen. Die Leute und Häuser flogen rechts und links vorbei wie die Vögel, und Hänsel Mücke befand sich auch schon mitten in einem Autorennen. Siebzehn Runden mussten gefahren werden, jetzt noch dreizehn, zwölf, sieben. Hänsel Mücke war schon an dritter Stelle und siegte auf Nummer 19. Das war eine große Sache. Der Tag ging vorbei. Es wurde dunkel, und alle mußten schlafen gehen. Wer einmal durch die blaue Wunschbrille hatte schauen dürfen, der träumte noch hundert Nächte davon. Herr Wutzl streichelte sein Liebeskarussell, deckte es mit einer Blache zu und kroch dann in sein Bett. Am nächsten Tag war die Zigeunerwiese leer. Herr Wutzl war weitergefahren, über die Landstraßen, durch die Dörfer und Städte. Wer einmal irgendwo so einen Mann treffen sollte, mit einem kleinen, wackeligen Karussell und einer blauen Wunschbrille und einem Zwirbelbart im Gesicht, das ist Herr Wutzl, der zaubern kann. Untertitelung des ZDF, 2020